Was ein Orkolyt, Leute! Der Cyberdance ist da! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von... Alter, da flog mir aber was aus der Kehle. Willkommen zurück zu Arcade Paradise und ja, ihr wisst, auch im Paradies muss gewaschen werden. Nehmt, ob er die alten Socken qualmen, nämlich, in seinem Tanzparadies, dann muss er auch ordentlich gewaschen werden. Das ist sehr gut, aber kannst du hier echt, wenn du den Wolf getanzt hast, kannst du hier noch schön... Musst aber auf den Weichspüler achten, ne? Sonst scheuert der doch extra wund. Das ist natürlich, weiß ich jetzt nicht, wie da die Strategie ist. Aber schön aufpassen muss man da. So, die Ecke ist sauber. Aber leider, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Ich hoffe, die Arcade wird bald noch größer. Ich hoffe, sie wird bald größer und besser und... Ach, ihr wisst, wie's ist. Ihr wisst, wie's ist. Es wird alles schöner, größer, besser. So, Beutel ist voll. Man dachte ja am Anfang, ach ja, wenn du jetzt einen dicken Beutel hast, brauchst du nicht mehr so oft rausbringen den Müll. Die Arschgesichter, die machen einfach noch mehr Dreck überall. Warum so viele Zeitungen? Was geht ab, Alter? Wer schläft denn hier nachts auf den Dingern? Was soll denn das? Jetzt guck mal her. Bauen die sich hier Haikus? Ne, warte mal, Haikus sind was anderes. Origami, Alter. Oh Mann, Kreis, äh, kulturell wieder eingeschlafen in der Füße. Aber so ist das. Ähm. Wir wollen Kaugummis. Damit hab ich die letzten Tage gutes Geld verdient mit alten, klebrigen Kaugummis. Flasche weg. Alter, da ist er, Leute, da ist er, der Dance Dance Super Dance Automat. Geben wir direkt mal hin, oder? Geben wir direkt mal hin? Wollen wir ein bisschen Dance Dance Super Dancen machen? Cyberdance. Oh. Was? Okay. Okay, Super Dance. Oh Gott, ey. Oh. Ist das da, wie ich tanze? Ist das da, wie ich tanze? Oh, ich kann sowas nicht so gut, ey. Ich weiß doch nicht, welcher hier, welcher kommt zuerst und welcher... Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich hab einfach gedrückt und dann war ich hier und auf einmal gedanzt und... Oh. Die Wäsche ist doch fertig, oh Mann. Ja, die Wäsche hat so einen guten Score. Der war doch gut. Der lief doch gut hier, der Automat. Oh, und ich hab im Cyberdance gedanzt. Ja, das wird jetzt nicht die beste Wäsche. Aber sie wird. Die Wäsche wird. Willst du mit mir waschen gehen? Musst du mich beim Naschen sehen? Zusammen Lutschen wir die Schokolade. Ey, guck. Cyberdance, that's. Cyberdance. Okay, äh, was sind meine Quests für heute? Aufgang? Entleere Geldbehalte des Münzautomaten. Ja, das können wir machen. Drei Kaugummis, in denen du die maximale Kraft einsetzt. Okay, das haben wir schon mal versaut. Und drei Minuten Lila Lama. Ähm, pff, oh, gut. Heute können wir ein bisschen Geld verdienen. Können wir hier den Automaten leeren? Das war's schon. Easy peasy. Einmal, da darf ich mal ganz kurz hier das Kaugummi noch. Maximale Power. Komm, ey, noch ein Kaugummi wäre nicht schlecht. Noch ein Kaugummi wäre nicht schlecht. Dann könnte ich echt einen guten Quest-Tag machen. Na gut, spielen wir noch drei Minuten Lila Lama hier. Brauchen wir eben nur die Leertaste. Leertaste Lama. Ich frag mich immer, ob der dann... ...durch irgendwo das auf dem Lila Lama Weltrekord bohrt. Wir müssen ja nur... ...wir müssen ja im Endeffekt nur drei Minuten spielen. Keine Punkte oder so. Bin ich kaputt? Oh, Mist. Er wieder mit dem Hintern da auf die Lolli-Kante. Das sind doch Lollis, oder? Stimmt. Das Elfe steht für Lolli, oder? Loser. Loser Lama. Aber mein Lama ist kein Loser. Lama sind cool. High-Score ist 595? War das da gerade? War 100... 592 oder so? Soweit habe ich hier Lila Lama gespielt? Nee. Das würde ja bedeuten, ich bin ein richtiger Lila Lama-Profi. Ein bisschen Lila Lama, Lila Lama, Lila Lama. Das L steht für Lelek. Das ist ein richtiger Lila Lama. Man hört, meine Fingerspitzen werden wieder taub. Das hab ich auch irgendwie in den letzten Tagen öfters. Keine Ahnung warum. Irgendwas hat mein Gehirn gefressen in den letzten Tagen. Uppala, Uppala. Uppala. Ich denke, meine Profi-Haftigkeit hat 592. Sind drei Minuten schon um. Noch nicht, hä? Das waren erst 118 Sekunden. Hier läuft noch. Die laufen nicht weiter, während ich Lele Lama spielen. Lele Lama ist... Die Zeit bleibt stehen. Ja, noch ein Minütchen, Lele Lama. Ich sagte es einfach so gerne. Es ist einfach ein schönes Wort. Ich probiere es mal aus. Beim Kochen, wenn ihr demnächst die Suppe rührt... Boah, ich habe letztens eine geile Suppe gemacht. Der riecht mal richtig lecker. Auch im Endeffekt alles drin, was man so noch finden konnte im Kühlschrank. So Möhren, Paprika, Zwiebel. Also Zwiebel lagert ich nicht im Kühlschrank. Weiß ich nicht, wer sowas macht. Das ist ja geisteskrank. Aber... Oh, war jetzt aber, oder? Was? Ja, noch nicht. Aufgaben? Ein paar Sekunden noch Aufgaben. Ein paar Sekunden noch, Lele Lama. So ein kleiner Durchgang hier noch. So, haben wir das. Sehr gut, sehr gut. Leider keine Kaugummis mehr. Dann könnten wir aber trotzdem mit dem Gucken Spielheim-Management. Champion of Cyberdance. Ziele. Ließ ein Lied ab, ohne einen Beat zu verfehlen. Eine 100er-Combo. Machen wir heute Abend dann. Machen wir dann heute Abend. Vielleicht versuche ich es noch einmal hier am... Oh, jetzt wirst du spät angefangen. Du kannst dann auch dich nicht mehr hochpushen, irgendwie, ne? Selbst wenn du jetzt hier so einen schnellen Streak hast, du musst vom ersten Schlag an müssten die Schläge sitzen. Ach, ne. Warte, ich kann's nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Das ist... Zufall war das Geldbehälter. Ufo Assault ist voll. Oh, das müssen wir regeln. Äh, wo ist mein Ufo Assault? Was war das jetzt? Warte mal. Äh, trockener fertig oder was? Ne. Kalt. Ich sammel einfach mal hier Geld. Ja, das sieht aus. Sieben Dollar. Ah, die Leute spielen das nicht genug. So. Holen wir mal eben das Geld noch weg. Dieses kaufe ich das Safe Upgrade, glaube ich. sooo, dann. Akademia hier. Erstmal den Attack Vector kaufen. Kauf abgeschlossen. So. Mehr haben wir, glaube ich, auch nicht. 90 Dollar im Dings. Ja, Trockener ist fertig. Ich weiß doch. Ach, Mann, 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 Mann. Wir müssen doch zocken. Wir müssen doch zocken, ey. Manche sagen ja, die Wäsche ist doch völlig überflüssig. Aber, Leute. Die Wäsche. Kann nicht überflüssig sein. Die Leute kommen, werden angelockt durch Wäsche, denken, oh, was ist das da im Hinterzimmer? Was sieht gut aus? So, äh, komm, wir gehen mal hier zum Cyberdance. Different Victory, BPM. Wir nehmen erstmal das Langsame hier nochmal. Wir nehmen nochmal das Langsame. Was ist dann vielleicht für die Queste reicht? Gott, ey, ich hasse sowas. Aber, wenn man die Quests erledigt, kann man halt ein bisschen mehr Geld verdienen mit den Automaten. Dann geht's ein bisschen schneller. Ich weiß gar nicht, aber ist es normal, von allem Automaten immer nur einen zu haben? Ja, ich meine, wenn ihr so eine... Wenn du so eine fette Arcade hast, da stehen wir manchmal gerade vor den beliebten Automaten. Ich erinnere mich so, mein Vater hat so ein Foto noch, wo er, äh... Wo so Space Invaders, wo er vor so einer Automatenkette steht mit, weiß ich nicht... Ja, guck mal, ey. Direkt zwei Ziele abgeschlossen. Direkto. Leute, Cyberdance. Kindergeburtstag. Ähm... Die Bunktausperfekte Beats. Ja, ja, gut, das... Dafür müssen wir halt jetzt dann mal irgendwie... Ähm... Obwohl, Racer Chaser, das wird jetzt nicht reichen, ne? Was gibt's eigentlich beim Strike Gold noch? Haben wir alle Updates? Upgrades? Ja. Äh, Spielhallenmanagement... Wo ist er denn? Boah, 5000 Blöcke, 500 Meter nach unten graben, 333 Gold sammeln. Kannst vielleicht noch ein bisschen nach unten buddeln? Ha, ha, ha. Ah, ist die Wäsche fertig. Mann, da will man einmal zocken. Einmal. Mmh. Das war's. So. Äh, ja, läuft. Könnten wir eigentlich hier noch für Autoprogramm machen. Ähm, ne. Ich hab in der Mitte noch voll viel... So. Äh, Spielhallenmanagement. Blockchain. Mal drei Verschwörungen aufdecken. Mhh, Zombat. Die einzigen Ziele hier, ne. 100 Zombies mit jeder Waffe, keine Ahnung. 15 Mal Luftangriff. 5 Zombies mit einem Präzisionsschuss. Galate in den Ozean werfen. Keine Ahnung, Video-Air-Hockey. Ich spiele 5 Runden. Mal nur 5 Runden. Boah, was? Den hat ich... Oh! Überstimmt hier nicht. Zack, Goal. 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 Oh, was? Wieder der Innenpfosten, der berüchtigte. Come on! Er will's aber auch jetzt nicht mehr, ne? So, dann mach ich's halt so. Huh, wo kommt der denn jetzt her? Ach doch, aus der Seite irgendwo. Ach so, und jetzt denkt uns, es wäre die gängige Technik hier, sich selbst zu... zu losen. Na komm. Ah. Ziel abgeschlossen. So, der Automat ist erledigt. Definitiv. Na, das passt doch eigentlich ganz gut. Äh, jetzt weiß ich's nicht. Noch eine kleine Runde Blockchain. Geschäft schließt. Ja, ich weiß. Drei, zwei, eins. Dann kriegen wir hier einen Dreier. Da haben wir die Sechser raus. Zack, zack. Die Außerirdische Verschwörung ist super Akte hier. Ja. Da gibt's noch Fünfer. Aber... Da gibt's noch Fünfer. Frage, mit der ich gerade noch nicht so viel arbeiten kann. Verschwörung geht viel weiter. Hä? Ob ich den... Achso. Ah, okay, okay. Ich weiß schon, ich weiß schon. Kreis, Kreis, Kreis. Ich kann wieder alle... Ich kann null spielen, die ich. Führende Politiker der Welt sind beteiligt. Naja, wie toll. Was soll's. Die 2, die 1... Ich will den Hack da rein. Ich will den Hack da rein. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen Ich wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag Und wir sehen uns wenn ihr Lust habt beim nächsten Mal wieder Macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen Reingehauen und ciao mit Au